Das erste Bild ist die Vorderansicht Ihrer Zähne. Beißen Sie die Backenzähne zusammen und lächeln Sie. Ziehen Sie Ihre Lippen und Wangen so weit wie möglich zurück. Machen Sie nun eine Nahaufnahme. Zuerst die rechte Seite. Beißen Sie Ihre Backenzähne zusammen und ziehen Sie Ihre Wange und Lippen so weit wie möglich zurück, ohne Ihr Zahnfleisch zu verdecken. Richten Sie die Kamera so aus, dass Ihre Backenzähne sichtbar sind. Nun das gleiche auf der linken Seite. Beißen Sie zusammen, ziehen Sie die Wange und die Lippen zurück, ohne das Zahnfleisch zu verdecken, und achten Sie darauf, dass die Backenzähne im Bild sind. Für den Selfie-Modus verwenden Sie die Frontkamera. Halten Sie die Linse so nah wie möglich an Ihrem Mund, damit alle Zähne sichtbar sind.